Zuerst entferne den Balken aus deinem Auge und dann sieh zu, wie du den Splitter aus meinem Auge ziehst Hör mal, ist dat nicht Jesus? Kaum häng ich hier und singe, kommen sie von nah und fern Sie wollen an mir beten, ja sie haben mich halt gern Komm auch du, glaub auch du an mich, oh yeah Hol dir den unglaublichen Glaubensspaß Die Deutschen Kirchen, aus Erfahrung Gott Jesus ist da Jesus ist da Jesus ist da Rufen die Gottes Esser Jesus ist da Rufen die Staatenlosen Jesus ist da, rufen die Revolutionäre Die asozialen, arbeitslosen, obdachlosen, verurteilten, gejagten Misshandelten, verpfälten Besucht wird hier aus Christus Angeklagt wegen der Führung Anarchistische Tendenzen Verschwörung gegen die Staatsgewalt Besaure Kennzeichen Nahten bei ihren und Füßen Angeblicher Beruf Arbeiter Nationalität Der Glauben Der Glauben Menschensohn Friedensbringer Nicht der Welt Verwäser Jesus ist da Ich bin nicht der offizielle Kirchenjähriger Der Unterpolizisten Wankt jetzt Richtern, Hänkern, Offizieren Kirchenforschen, Politiker Und ähnlichen Vertretern der Macht Geduld werden Ich werde von der Polizei gesucht Weil ich in die Welt hinausschreie Ich bin nicht euer Superstar Dass die bestehende Ordnung untergehen wird Ich bin nicht der offizielle Kirchenjelus Ich bin nicht euer Superstar Ich bin der Ungehorsame Der Ruhelose Ich habe eure ganze Show und eure Rituale satt Halt keine Klausel, damit du hörst, was ich jetzt sage Ich vertrage eure heiligen Feiern und Feste nicht länger Ihr könnt so viel beten, wie ihr wollt, ich höre nicht hin Such mit dir aus Rettus Angeklagt wegen der Führung Anarchistische Tendenzen Verschwörung in die Staatsgewalt Der gesuchte Verbreitung der Schiede Ihr werdet sich vor Trauer schreien, wenn ihr mich getötet habt Und vor allen Dingen kommt ihr jetzt hierher Er ist ein großes Mauer Leute, ich bin kein großer Redner Und es ist vielleicht möglich, dass wir euch welche Christus suchen Aber ich glaube, er ist es nicht Denn Christus war, soviel ich weiß, duldsam Und wenn ihm eines wieder schon offen hat, er hat versucht, ihn zu überzeugen Er hat gesagt, er hat eine Schnauze Nein, er hat nicht gesagt, er hat die Schnauze Er hat eine Pfeilchen genommen Und hat die Pfeilchen genommen Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt Der das hören will Dann muss er so lange warten Bis das andere Scheiße sind dann weggegangen Ich darf ein Zitat bringen An den Werken sollt ihr sie erkennen Das ist für mich ein Scheiß Ja, die Vorstellung ist der Mann hier